Und wir bekommen jetzt noch einmal Musik von einem, bei dem die CSU früher Pickel bekommen hat, wenn sie nur seinen Namen hörten. Er ist der Träger des Deutschen Kleinkunftspreises, wurde in Bayern aber niemals ausgezeichnet, als er noch Musiker bei den Bierböselblosen war. Die gibt es nicht mehr, aber Hans Well ist wieder auf der Bühne mit seinen Kindern. Hans Well und die Wellwaffen machen politisches Gestanzel auf Bayerisch. Herzlich Willkommen! Applaus Eins, zwei, drei, vier, 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 vier. Verstehen Sie mich? Ja. So? Passt das? Eins, zwei, drei! Juhu! 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 Passt schon, Sarah, rede ich auch nicht weiter. Also, Grüß Gott beinahmt, wir sind das Kontrastprogramm zum Frauenleichnamszug heute. Also, wir haben die ehrenvolle Aufgabe, dass wir jeden Einzelnen, der da steht, dass wir den begrüßen, und zwar persönlich, und jeder wird erwähnt jetzt. Und wer allerdings beim ersten wird schon überhaupt nichts verstehen sollte, für den sind die nächsten 15 Minuten für die Katze. Ja, was steht denn noch für ein Publikum an diesem Ort, die uns blöd schon rum? Und die Schneidigen und die Reidigen und die Krampigen und die Handigen und die Platten und die Schopferten, die Schürgern und die Kropferten und die Auftagelten und die Originalen, die Grünwalder und die Normalen und die Lamen und die Siechen, die Europäer und die Griechen und die Zäuntraucher und die Schnupfer, die Lehrer und die Jungerhupfer und die Gschneizten und die Gschlamperten, die Zaundürgen und die Gwamperten und die Wähler und die, die nicht wollen, die AKW-Betreiber und die, die, die für'n Atommüll zäunen und die Sautummen und die Denker, die Ehrlichen und die Bänker und die Aktiven und alle, und die Aktiven und alle Unterstützer und die Kaufwappennummerierer und die Vogelschützer und die Radlfahrer und die Porschefahrer, die Evangelischen und die echten Pfarrer und die Gesunden und die Halttoden und die Schwarzen und die Anderen und die Weihra und die Männer und die Metzger und die Veganer und die von draußen und die von drinnen und die Sechziger und die, was Fußball spielen können und die Sauern und die Süßen und alle friedlichen Polizisten, die für den Gesimtschmarrn Dienst machen müssen und die Stahlbärger und die Amtpartner, die Millionäre und die Steuerzahler, und die Gelocken und die Kahlen, die AfDler und die im Kopfnormalen und die Schuldenmacher und die Sparer und die Eversberger und die Gurkenautofahrer und die Manufakturkunden und die Kaufhofrass und die Botox-Freezer aus der Maximilienstraße und die Fotografen und die Patrioten und die Piraten AG und die Untoten von der FDP und die Fotografen und die Journalisten und die Bahnkunden und die Optimisten und die Bio und die Aldi-Käufer, die Anonymen und die Öffentlichen-Säufer und die Farbigen und die Weißen und die Unnormalen und die Franken und die Moslems und die Christen und die G7-Einsatzleiter und die Pazifisten ja sei es auch mit oben! Ja! 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 BAM 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 ZU! Ihr habt gesagt, wie es mitgekriegt, dass die... es gibt einen Katalog über Bayern, da waren nicht so viele Leute da, so viele haben die gar nicht gedruckt, bloß 15.000, das hat bloß 300 Millionen gekostet. Das kriegen die Journalisten und so, die da herkommen und wir haben uns gedacht, weil ihr jetzt das alle nicht kriegt, deswegen sehen wir euch vor, was da so drinnen steht, weil das ist nämlich Englisch und wir kennen gut Englisch und vor allem das sehen wir auch für die Leute, die jetzt nichts verstanden haben bei dem ersten Wirt und das ist praktisch ein Text, der Bayern lobt, weil Bayern ist ganz anders, als wenn man es immer meint, Bayern ist bescheiden. Vor allem von der Politik her. Okay, haben wir es. Das muss er, braucht es erst einmal beten. Please be nice to the barbarians, tolerate us how we are. We are better than you sing. Oh, no, let our teams don't stink. And here we is the world's best car. We have the nicest cars you have ever seen. We built 100% better airports since the soces in Berlin. We are higher mountains like Christmas in the memory of Pomp. We are nice to the black glass and your ring song. High-oh-dick-y, high-oh-dick-y, high-oh-dick-y. Bavarische Fußballer 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 Ihr dürft euch körperlich betätigen, und zwar dürft ihr mitklatschen, und bitte schön im 6-8-Takt, wenn es geht, oder? Nein, nicht im 6-8-Takt, im 16-24-Takt, bitte schön. Und zwar immer so, nicht so, wie wenn man Richtung Stuttgart fährt, da geht es ja so beim Klatschen, wenn es enthusiastisch sind, dann geht es so, ganz feurig, halt bei diesen Temperaturen, schaut so, das muss richtig andalusisch kommen, schaut so. Aber erst bin ich eingespielt. Okay, längeres Zwischenspiel sagst du, okay. Alle Sonntag gibt's Würstel, mit Senf und Sauerkraut. Mein Vater, der ist die Würstel, und ich, ich krieg die Haut. Ja, die Bierduschen für die Fußballer, sind gefüllt mit Paulaner. Weil bei einem Augustiner war's grad, um das gute Bier schad. Also ihr, eigentlich mitklatschen wird gedacht, wenn er länger Zwischenspiel ist. Ihr seid gar nicht so hochstecken. Nein, nein, derzeit kann's wangen. Also, eine Energiewende ohne Strom fassen, ohne Wind, Solar und weg vom Atom. Jetzt muss die CSU sie bald was einfallen lassen. Sonst haben sie für die Herdprämien keinen Strom. Ja, früher aus beim Söder, hat man sich denkt, es geht nicht noch blöder. Heut weiß man, doch es geht, wenn der Tobren tritt. Ja, früher aus beim Söder, hat man dem Geld nicht blöder. Heut kommt noch es geht, wenn der Tobren tritt. Ja, das TTIP, CETA und TISA, liebe Regierung, kennt's euch Spahn. Ja, und zum Heimatabend geht der Blasi. Sagt sie vorher nur Ekstasis. O dran, dirn sind wir Backerl, Togal. Jetzt hat der Schädel weh brutal. Ja, ob an Weihnachten oder Pfänzchen, das BND ist Dienst zu Diensten. Mei muss das schön sein, im Arsch von mir nicht sein. Ja, die Merkel droht am Oper an. Ja, sag einmal, wo sind wir? Don't spy, sie fix. Sonst mach ich nix. Ja, und meine Mutter, die hat sich jetzt lüften lassen. Jetzt hat es ein Problem. Immer, wenn sie einen Mund aufmachen will, muss sie vorher an den Fuß heben. Ja, beim Rewe, Rewe, gibt's gute Äpfel. Beim Lidl, gute Birnen. Aber beim Aldi in Berlin, gibt's das Beste, Kokain. Ja, Heiztags, dir und Leid, wo ich Fernseh schau. Die Geburtenrate ist ein Problem. Ja, früher, sind sie früher ins Bett gegangen. Da ist ein Empfang besser gewesen. Ja, und warum Lehrerinnen und Lehrer zusammenheraten? Da war sie an Grund. Auf die Art käme sie heute an. Auf ihre 8er 30 Stunden. Auf Ihre 8er 30 Stunden. der Atomenergie, aber wenn's den Sigmar Gabriel am Eis reißt, seien auch viele Leute he. Ja, bloß auf die Gefahren, der Atomenergie, aber wenn's den Gabriel am Eis reißt, seien auch viele Leute he. Ja, bergab geht's leichter, als wir bergauf. Ja, jetzt kommt der nächste Redner. Und mir, mir hören jetzt auf. Fürstdreht. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Tabea und Jona und Sarah Bell. Die Bellwappen mit ihrem Vater, der auch schon mal auf meiner Bühne stand. Hans Bell und die Bellwappen. Ich bitte jetzt, ich bitte jetzt um Ruhe.